Was ist das, wenn man zum Beispiel... Es ist ein... Das ist, wenn viele Leute über sich selbst bestimmen, ohne dass irgendjemand anderes darüber entscheidet. Es ist eine Entscheidung, was mit dem Volk abgestimmt wird und was in die politische Pflichtung geht. Die Leute ab 18 dürfen abstimmen und egal ob arm oder reich, jede Stimme ist gleich viel wert. Und das ist ein Verfahren, das wird in vielen Ländern heutzutage benutzt. Mir fällt aber auch nichts an, was ich sagen soll. Da kann jeder seine Meinung sagen, solange sie nicht beleidigend ist und daraus entsteht eine Allgemeinwohnung für das ganze Land. Untertitelung aufgrund der qualifte Teilenbücher Das vieleehren absolut sind! Oh, ich wollteischze die Industrie sie Mar FM sogar zum exercким doch ein, was ich vergeben. Untertitelung des ZDF, 2020